So, willkommen bei einer neuen Folge Scharfschützen versus, äh, ja, Scharfschützen. Wie soll man diese Folge nennen? Ich weiß es noch nicht. Ähm, Yitz heißt er, glaube ich, ne? Oder wie heißt du? It's Shooks. Okay, gegen Bakura Darkness. Wer gewinnt das Duell? 1 zu 1 mit den Scharfschützen. Der schwere Scharfschütze, ne? Hm. Geht schon los? Ja, ich suche dich. Wo bist du denn? Ach, da ist er. Ich hab Angst, dass... Wie hast du Angst? Ich will das nicht verlieren. Du wirst verlieren. Wie machen wir das, wenn jemand Kopf hat? Äh, dann bringen wir uns ganz kurz um. Okay. Ja! 1 zu 0 für mich. Gut. So, wo spawnt er? Da hinten spawnt er. Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich find dich nicht. Dann suche mich. Ich bin auf dem Hügel irgendwo. Okay, ich auch. Hä? Wo? Hm. Da! Nein! 1, 1. Da! Nein! Oh, das war knapp. Wo spawnst du denn? Jetzt winnt. Den Win in der Woche. Für ihn. Oh, er ist genau von meiner Nase gespawnt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nein! Nein! Oh, alle. 2 zu 1. Für dich. Wir machen bis 10 Punkte, oder? Ja, bis 10 Punkte. Okay. Sieh mich gut. 2 für ihn. Aber ich hol ihn gleich auf. Pass auf. Pass auf. Wo ist er? Da ist er. Immer Kopf treffen. Ja! Nein! 2 zu 2. Ach. Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Irgendwo da oben. Oder auch dahinter. Du musst immer auf der Karte gucken, wo der sich hinbewegt. Ja. Immer in der Richtung. Da. Ja! Oha. Ich habe keine Chance gegen dich. 3, 2. Ich bin eigentlich ganz schlecht in den Scharfschützen. Ich bin noch schlechter. Und was soll man machen, Mann? 3, 1. Ne, 4, 1, ne? Ja. Ne, 4, 2. 4, 2, ja. Da oben ist er. Ich krieg dich! Nein, nein. Oh. Nein. Oha. Ich bin die blöde von dem Kopf. Ich bin die blöde von dem Kopf. Ah, ne. Von dem Kopf. Nein. Von dem Kopf. Ja, ich bin auch von dem Kopf. Ich bin die blöde von. Achso, war es weg. Das zählt aber dann als Null, oder? Ja, das zählt ja nicht. Also zu keinen Punkt, wenn du in so einen Kopf. Okay. Oh. Ja. Ich stehe da hinten. Nein. Ja. Ich habe richtig wenigstens noch bekommen. Uiuiui. Knappes Match wird das, glaube ich. Knapp. Zwei schlechte Spieler. Nein. Oh, 4, 4. 4, 4. Oh, ne. Hura. Das war gerade ein Fehler, weil du stehen geblieben bist. Okay. Hm. So. Wo steht der denn jetzt da oben? Oh, der hat mich getroffen. Ich habe noch ganz wenig Leben. Nein. Ja. Ja. Oh, ne. Was warnt er denn? Ich schätze, wieder hier hinten irgendwo. Ja. Wo ist er? Der ist auf dem Baum. Zwischen, äh, auf dem Berg. Ich habe auch zwischen dem Bäumen. Ah. Da. Da war er. Mist. Runtergefallen. Mist. Hä, wo ist er denn? Wo bist du? Freu ich mich auch. Ah, da. Oh, nein. Sexuell. Komm her. Ja. Fumfum. Nein. Das ist so was, mein Knapp, das Match. Sehr knapp. Wir stimmen 9 in 9 gleich. Oder? Ja. Oder du hast Glück und dann hast du schon 10,8 oder sowas gewonnen. Wo bist du denn? Da oben. Da bist du. Ich habe die Schüsse getroffen, für mich auch. Nein. Ich habe schon 6 für mich. Oh, ja, ja. Ich, ne. Das ist so unfair. Was bist du denn jetzt, Gart? Wir haben wohl in der Wallachai irgendwo. Ich bin komplett weiter weg, das Spaut. Komm, komm. Da bist du ja. Da bist du. Da oben. Nein. 6,6. Oh, nee. Es wird so was von Knappnuss. Wollen wir den letzten Kill mit den anderen Scharfschüssengewehr machen? Oder die ganze Zeit mit Scharfschüssengewehr? Und nur mit der ganze Zeit mit Scharfschützen. Okay. Ich bin jetzt auf der Straße. Wo kommt der hin vor? Da. Irgendwo. Oh, ich hatte ihn fast. Irgendwo. Oh, was ist denn? Nein. Oh, Gott. Ah. 6, 7. Ne? Ach ja. Oh. Wann? Hä, wo ist denn? Da! Wann? Wie knapp das immer ist. Ja. Nein. Acht. Sechs. Jetzt muss ich aufpassen. Ganz kurz den Lester anrufen. Wo versteckt er sich? Wo versteckst du dich? Oh nein. Das wäre keine gute Idee von mir. Wo bin ich? Ja! Nein! Sieben, acht! Ich lauf von dir weg. Na komm her. Na komm. Bin unterwegs. Wir machen das hier alles in eine offene Lobby mit anderen Leuten. Eigentlich könnte jederzeit jemand kommen. Ich hab' einen anderen Spieler geguckt. Warum schießt der nicht? Nein! Nein! Sieben! Jetzt musst du wirklich aufpassen. Ja, kannst du machen. Nein! Nein! Du hast gewonnen! Mit 10, 7, ey! Nein! Gut gespielt! Nein! Mit 10, 7, ey! Oh! Okay, hast du noch etwas zu sagen zu dieser Folge, die du mitgespielt hast? Ähm, lass einen Like da. Lass einen Like da. Mehr nicht. Willst du noch jemanden grüßen? Ähm, ich grüß' Arian. Arian. Okay. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Ciao!